Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Emmerich und ich möchte Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten Sie mit unserem Assessment Center Training haben. Ich bin Diplom-Psychologe, habe mich auch in der Wissenschaft eine Weile mit Assessment Center beschäftigt, habe meine Doktorarbeit über das Thema geschrieben und arbeite jetzt seit vielen Jahren in der Praxis mit Assessment Center. Ich führe die Assessment Center durch für große Firmen wie Daimler, E.ON und Steigenberger Hotels und kenne mich da wirklich sehr, sehr gut aus. Jetzt biete ich Ihnen an, mit uns ein Assessment Center Coaching durchzuführen. Die gute Nachricht vorweg, Performance in Assessment Centern ist trainierbar. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, das zu üben und haben dann eine wirklich deutlich höhere Chance, Ihren Assessment Center gut zu bestehen. Unabhängig, ob das ein interner Assessment Center ist, das bedeutet, Sie arbeiten schon in einem Unternehmen, möchten jetzt auf die nächste höhere Führungsebene, müssen dadurch ein internen Assessment Center durchlaufen oder Sie sind externer Bewerber und möchten ein Assessment Center bestehen, um eine Position in einem großen Unternehmen überhaupt zu bekommen. Für beide Fälle von Assessment Center kann ich Sie gern vorbereiten. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Sie können unser Assessment Center Coaching entweder als Gruppentraining machen, das bedeutet, Sie sind in einer Kleingruppe von maximal sechs Personen, sehen dann auch wie die anderen in diesen Übungen sich so zu verhalten und da bieten wir alle ein, zwei Monate Termine an für diese Gruppentrainings und die Termine finden Sie unter www.ac-coach.com. Wenn Sie sagen, nee, ich möchte es gern allein machen, aus Anonymitätsgründen oder worum auch immer, haben Sie auch die Möglichkeit, ein Einzelcoaching zu machen, ein AC-Coaching, wo nur Sie den ganzen Tag mit mir persönlich arbeiten. Viele Leute machen dann auch nur einen halben Tag oder dreimal einen halben Tag. Das kommt ganz darauf an, wie sehr Sie sich zeitlich da reinhängen wollen, wie viel Sie trainieren möchten. Der Termin ist dann völlig offen. Händen Sie sich einfach, wir schauen, wann das für Sie gut ist. Ja, was machen wir denn da und was ist Ihr Nutzen? Ihre Vorteile sind drei. Erstens, wir simulieren alle relevanten AC-Übungen. Alles, was in Ihrem AC dran kommen kann, wird von uns geübt. Das bedeutet von dem klassischen Rollenspiel, wo Sie zum Beispiel Mitarbeiter bezüglich seiner schlechten Leistung feedbacken über Postkorb, Selbstpräsentationsübungen, Gruppenübungen, Einzelinterview, Tests, Intelligenztests, Persönlichkeitstests, Online-Tests, Alles, was da dran kommen kann, können wir simulieren. Wir haben alle Übungen da und schneidern für Sie ein Programm, das möglichst ähnlich dem AC ist, den Sie wirklich zu bewerkstelligen haben. Ihr zweiter Vorteil, Sie bekommen von mir differenziertes Feedback. Auf Wunsch auch Video-Feedback. Wir zwingen Sie da nicht dazu, aber wir empfehlen das ganz, ganz deutlich, dass wir Sie filmen, während Sie den AC durchlaufen und dann selber sehen, was Sie gut machen und wo Sie sich vielleicht noch verbessern könnten. Der dritte Punkt wird auch sehr geschätzt von den Leuten, die das bei uns machen, nämlich alle Originalübungen bekommen Sie sogar zum Mitnehmen. Wir zeigen Ihnen nicht nur, wie die Übungen funktionieren, was da dran kommt, sondern auch die Lösungen. Sie können das auch nochmal mitnehmen, können das zu Hause trainieren, können dann vielleicht nochmal mit uns gemeinsam das üben, aber beim ersten Termin bekommen Sie das schon alles mit, damit Sie das auch wirklich was in der Hand haben, wenn Sie da bei uns rauslaufen. Ja, das ist unser AC-Training. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich einfach an. Ich informiere Sie auch gern am Telefon, was Ihre Möglichkeiten sind, was Terminmöglichkeiten sind für die Einzelcoachings und würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Herzlichen Dank.